Das war eine interessante Umfrage auf NTV, die Frage war, wer soll Seehofer nächster CSU-Versitzender werden und die Antwort war, 50% nein, 36% ja und 14% weiß nicht. Und das fand ich erstaunlich, weil es hat 40 Cent gekostet, da anzurufen. 14% haben angerufen für 49 Cent, um zu sagen, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, also bitteschön, ich rufe doch nicht nachts, irgendwann bei diesen 0800, drehen wir die Sex-Hotlines an und sagen, schöne Frau, ich habe gerade gehört im Fernseher, sie haben gesagt, wenn du scharf bist, ruf mich an. Ich weiß nicht, ob ich momentan scharf bin. Das ist ein Verzelt nach dem Tor, ich schenke es nicht.